Das ist das Hotel City Royal Palace. Da sehen wir unseren Chris. Guten Morgen. Nein, ich bin nicht auf live. Ich mache aber nur so ein Video. Das ist die Bar. Sascha bestellt jetzt gerade was. Anderbar. Das ist die Bar. Das ist die Bar. Das ist die Lübi. 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 Das ist der Lübi. Ok, ich wusste. Morgen. Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir draußen. Windet es ein bisschen. Aber schönes Wetter. Jetzt schreibt doch, wäre unser Hotel kein Garten. Ja, was ist schon das? Das ist schon schon weiter. Ich nehme mal den Garten von unserem Hotel. Das sieht man jetzt schön mal unser Hotel von außen. Hier geht es zum Wasser. Man sieht also, es hat helllich sehr zentral gelegen. Sehr schöne Architektur. Vorne ist der Shuttlebus, der zum Strand runterfährt. Nebenan ist der Sascha. So. Was? Schockenmeile in unserem Hotel. Schockenmeile in unserem Hotel. Schockenmeile in unserem Hotel. Schockenmeile in unserem Hotel. Ja? 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 So, das ist das Halepad. Das ist das Halepad. Schöner Pool. Schöne Wiege. Und jetzt raus, da ist es warm drin. So, und hier ist die Patisserie. Hallo. Hallo. Ja. Ich hab ganz leckere Torten. Mit einer ganz freundlichen Bedienung. Paparazzi. Ein Paparazzi für den Volldaug. Genau! Paparazzi! Paparazzi, Paparazzi! Jetzt da wieder tolle Torten. Hey! Willkommen! Hier ist noch ein Schmucklade. Ich darf auch in keinem Hotel fehlen. Hier ist der Fotograf. Da ist das à la carte Restaurant drin, das eine. Hier ist der Fotograf vom Hotel. Hier ist eine Sitzecke. Hier ist der Speisesaal. Vielleicht mache ich dann heute Abend noch ein Video. Hier ist auch noch ein à la carte Restaurant da drin. Hier ist der Aufzug. Hier ist der Speisesaal. Das mache ich auf Youtube, oder? Das mache ich auf Youtube, ja genau. Das Spielplatz, Kinderspielplatz. Hier ist auch eine schöne Gartenanlage dahinten. Hier ist die Poolangeschaft. Hier rutschen. Hier rutschen. Ich sehe das jetzt auch schon. Hier. Hier rutschen. Hier ist die Wand. Hier ist Kulbah. Hier kann man genau Saft kriegen. Und hier ist die Showbühne, wir warten, dass man Schoß ist, ja, das war dann mal ein kleiner Einblick in City Royale Palace, ja, ich hoffe euch hat mein Video gefallen, wenn ja, Daumen nach oben und abonniert bitte meinen Kanal, ciao.